Hallo Leute und Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Super Mario Galaxy 2. Diesen Anfangssatz, den habe ich jetzt schon 47 Mal gesagt. Und, joa, wollen wir mal schauen, ob ich das nur noch 2 Mal sagen muss danach. Denn uns fehlen noch 8 Sterne auf... Ja, 8 Welten. Genau. 8 Sterne auf 8 Welten. Und in... Hier ist auch schon der Schaber an der Komete, den werden wir als letztes wahrscheinlich machen. Und mit dem weiß ich gar nicht, wieso da keiner kommt, verdammte Axt. Wir haben schließlich die Kometenmünze. Bin ich echt... Hm. So, wie dem auch sei. Weil, wenn wir wirklich in 3 Folgen 8 Sterne sammeln müssen, von denen ja eigentlich das eigentlich die schwersten der schwersten Sterne sein müssen, dann müssen wir uns echt dran halten. Also 3 Sterne pro Folge mindestens. Das lila... Das lila Münzen Luigi Mosaik. Oh Gott, nein. Leute, das ist ja... Mit Zeit! Und? Was ist... Ihr wollt mich doch verarschen. Nein! Pfff... Alter... Mhm, mhm Muss ich ja noch mal wieder nach Hause kommen Upsala Ja, genau Oh, das ist eigentlich gar nicht mehr so eine blöde Idee Noch eine Minute Nimmst du da hinten noch lang So Oh nein Ja Genau, das meinte ich Scheiße, Mann, die Rute Eine ordentliche Rute sammeln So Okay Damit bin ich mir eigentlich noch recht sicher Ob das noch eine gar nicht mal blöde Rute ist So Hey, Schild Konzentration Und so Und so Ich bin so schneller als letztes Mal So Ich hab das heute zu Anfang machen Das andere ist ja noch recht einfach Und so Nicht schön, wie ich so halb blind rum springe. So. Okay. Vorsichtig. Oh, da hinten hab ich noch gar nicht. Komm ich da noch so einfach hin, ja. Okay. Oh Gott! Eins, zwei, drei. Oh, das muss hier nur noch hinkommen. Ja. Dritten Versuch. Okay, dass ich nicht so laut sagen soll, vielleicht schneide ich den zweiten Versuch aus. So, wie lange hab ich gebraucht? Verstaunlich, wenn man nur zwei Minuten Zeit hat, eigentlich. Ah ja, da gibt's ja auch noch ein Schaden Akkumit. In dieser so sagenumwogen krassen Level. Das ist bestimmt mit Zeit oder so. Ich hoffe nicht mit Lila Münzen. Lila Münzen, das Grausamste, was geht. Und natürlich ist es Lila Münzen. Oh Gott. Oh Gott. Ups. Oh neiiiin! Zwei Minuten, na, das kann ich... Äh, Gott, oh Gott. Zwei Minuten hundert Münzen, das ist ja... Hm. Alles ne Frage der Übung. Hundertzehn Münzen gibt es. Viel Schwund ist ja nicht... Also, ich darf nichts... Also, im besten Falle sollte ich wirklich nichts auslassen. Vorsichtig. Hier, da, da... Ey. Da. Da lang. So. So. Und mal zurück. Und wieder zur vorne. Und dort lang. Okay. Vorsichtig. Nicht zu schnell. Alles einsammeln. Ja, schön. Eine Minute noch. Schnell. Oh, drei ausgelassen. Fünf war uns jetzt. Na, den hole ich mir noch. Die Zeit gönne ich mir. Drei Viertel haben wir, aber wir haben jetzt gerade ein Dreiviertel der Zeit. Zack, 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 zack. Bremsen. 20 Sekunden noch. Beeilung. Zack, zack, zack. Ja, das sollte reichen. Ja, reicht. Schön, Beeilung. So. Musst du... Hast... Kriegst du die? Oh, Wahnsinn. Du hast es wirklich geschafft. Ach, gut. Die, 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 die. Witz. Die, die, die. Hm. Gute Leistung. Super. Ja. Und die Galaxie ist komplett. Ja, die Kometensterne kommen nach. Aber ich frage mich immer noch, wieso bei dieser einen Welt den Kometenspielstern einfach nicht nachkommen möchte. Die kommen eigentlich völlig random. So, die Rollbalkengalaxie. Drehen und wenden ohne Unterlass. Gott, gibt's hier viele Leben. Das ist ne Tempo. Oh, Gott. Ja, Leute. Äh, da gibt's nen Yoshi. Das seh ich doch, das ist nen Yoshi. Nein, noch nicht. Schade. Okay. So, wenn ihr euch fragt, wieso ich das gerade gemacht hab. Ähm. Joa, das... Pff. Das werdet ihr schon früh genug mal irgendwann rausfinden, glaub ich. So. Leben. Zack. Oh, da gab's doch den Wolkenpilz, oder nicht? Leben. Checkpoint. Yeah. Und jetzt gibt's nen Yoshi. Hab ich's nicht gesagt. Ja. So. So. Einfach so machen. Das reicht schon. Okay. So. Und... Der Yoshi erleichtert einiges. Oh, ja. Oh, ja. So vieles. Wir sind fast cheating. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ist aber echt. Ich will das Leben haben. Ich will das Leben haben. Kann ich später gut gebrauchen. Zack. hat's. Hat's. Noch ein Leben. Na 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 na. Na 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 na. Und... little. Ja. Da, 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 da. Dude. Da, 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 da. Produktiver als ich dachte. Echt? Schön. Galaxie komplett. Wir haben unser Soll erfüllt für die Folge. Aber wir machen natürlich weiter. Wobei ich eigentlich am liebsten wirklich mit der 50. Folge abschließen möchte, wenn es euch nicht stört. Dementsprechend machen wir nach dem Stern Schluss und ich zeige euch ein paar Outtakes. Würde ich es mal sagen. Ja. Beeilung mit der Toxbox und die Wetze. Ach, mit der Toxbox und die Wetze. Uh. Zeit? Speed? Sind die schneller als sonst? Ich glaube wohl. Die sind tatsächlich sogar noch ein Stück schneller. Macht nichts. Ähm. Zonk. Zonk. So. Oh. Das wusste ich nicht. Aber Übung macht den Meister. Wusch. Okay. Zeit. Watz. 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 Naja. Es geht. So. Ja. Läuft noch ganz gut. Gut. Ich habe noch ein bisschen Zeitdruck. So ein ganz, ganz wenig. Bisschen. So. Hm. Okay. Sowas kann natürlich auch passieren. Echt ein schweres Level. So. 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 Es ist ja eigentlich eine Glückssache. Die Sache ist ja... Wenn man das richtige Timing halt erwischt. Sonst ist man tot. Okay. Probieren wir das mal anders. Muss man den hier. Springt dorthin. Und lasst uns zerquetschen. Ich hab... Okay. Probieren wir es mal anders. Schnappen wir uns jetzt den hier. Gehen rüber und schnappen uns den hier. Und dorthin. Was? Okay. Probieren wir es mal anders. Dann machen wir uns erst mal diese... ...Uhr hier. Diese Uhr. Gehen hier rauf. Dort rüber. Haben wir uns diese Uhr. Gehen dorthin. Und dort. Haben wir uns den hier. Hier lang. Dann haben wir uns... ...die Uhr. Okay. Das war eine blöde Idee. Okay. Der macht... Zack, zack, zack. Okay, das schaffe ich nicht mehr. Senn, ich mach das hier. Ich muss sagen, ich glaube, bei diesen Stellen ist genug Outtake-Material rausgekommen. Auch bei den anderen jetzt. Dann würde ich mal sagen. Galaxie komplett. Ja, der Schabana-Komet. Der olle Schabana-Komet von dieser einen Welt ist immer noch nicht aufgetaucht. Naja, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne Like da lassen. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die vorletzte Folge. Und wenn ihr die auch nicht verpassen wollt, könnt ihr auch gerne abonnieren. Dann habt ihr sie auch direkt in der Abo-Box. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Euer Baytrim. Tschüss. Dann die Uhr hier zusammen mit dem Leben. Und platt. Es ist zum Mäusemelken. Es ist zum Mäusemelken. Es ist doch echt schon eine dreckige Kacke. Die Uhr. Und da kann ich nicht weit genug verspringen. Weil das gar keine so blöde Idee ist eigentlich. Dann ist mal die Uhr hier. Nö. Pff. Warum auch.